In der Stadt Westling existieren neben sechs Rundschulen ein Berufskolleg, einer Volkshochschule und einem sogenannten Schulzentrum bestehend aus weiterführenden Schulen wie einem Gymnasium, eine Realschule, eine Hauptschule mit einer Sporthalle und einem zentralen Gebäude mit jeweiligen Fachräumen. Im Jahr 2021 hat der Rat der Stadt Westling nach einer Elternbefragung und Messung mit Feststellung einer erhöhten PCB-Belastung beschlossen, dass alle Bestandsgebäude des Schulzentrums abgerissen werden sollen. Mit dem Beschluss der Zusammenfassung von Haupt- und Realschule zu einer Gesamtschule und dem Neubau des Gymnasiums soll somit auf schulübergreifende Veränderungen und Erweiterung der Zügigkeit reagiert werden. Im Rahmen der Vorbereitung wurde der Bestand aufgenommen und geeignete Referenzprojekte wie die Bildungslandschaft Altstadt Nord in Köln oder der Bildungscampus Sonnenbindviertel in Wien analysiert. Des Weiteren war der Erwerb eines weitreichenden Verständnisses über Bautypologien von Bildungsstätten, räumlicher Organisationen und diverser Bildungskonzepte unabdingbar. Diese Masterthesis widmet sich dem Ziel, Bildung und Kultur unter Betrachtung des gesamten städtebäuerischen Kontexten miteinander zu vereinen und einen städtisch ganzheitlich nutzbaren Campus für das neu zu errichtende Schulzentrum in Westling zu entwickeln. Der Titel dieser Arbeit lautet daher Bildungscampus Westling. Der Entwurfskonzept eines Schulzentrums als Ort der Bildung und Ort der Begegnung. In diesem Entwurf wird bewusst auf die Topografie eingegriffen und vorgegebene Grundstücksbegrenzungen überschritten, um definierte Plätze zu entwickeln und funktionale Bezüge von Nutzungen und Erschließungen zu generieren. Mit der Bildung eines gemeinsamen Platzes und dem Neubau einer öffentlichen Veranstaltungs- und Mehrzweckhalle unter der ursprünglichen Böschung der Bahnlinie 16 können somit der nördliche Bereich und der südliche Bereich von diesem neuen Campus miteinander vernetzt werden, ohne durch die vorhandenen Bahngleise separiert zu werden. In dem nördlichen Bereich wird die vorhandene sanierungsbedürftige Grundschule und das Berufskolleg abgerissen und an gleicher Stelle soll dann der Neubau eines neuen moderneren Berufskollegs und einer ganztägig geöffneten Mensa mit einer großzügigen Sportanlage und einer weitreichenden Grünfläche gebaut werden. Im südlichen Bereich sammeln sich die neuen Schulgebäude, bestehend aus einem dreizügigen Gymnasium, einer vierzügigen Gesamtschule und einer zweizügigen Grundschule nach einer Platzfolge um ein gemeinsames nutzbares Bibliotheks- und Selbstlernzentrum. Zwei neue separate Gebäude, eins ausschließlich für Musik und Kunst und das andere für Naturwissenschaften schließen das Assemble. Die Gebäude der jeweiligen Schulen sind als individuelle Baukörper konzipiert, welche geschossweise Raum in einer offenen Lernlandschaft für jeweils einen vollen Jahrgang bieten sollen. Die Lernbereiche in den oberen Geschoss werden zusätzlich neben der inneren vertikalen Erschließung auch horizontal umlaufend über vernetzte Verbindungsbrücken mit dezentralen Treppen und zusätzlichen Aufenthaltsmöglichkeiten erschlossen. Zusammenfassend lässt sich dieser Entwurf im Hinblick auf die Zielsetzung wie folgt beschreiben. Die individuellen Baukörper schließen sich als vernetzte Schule in einer teilintegrierten Organisation zusammen und sorgen dafür, dass das Schulzentrum als Bildungscampus ganzheitlich und vielfältig nutzbar wird und sowohl im pädagogischen als auch im Städtebäuchensinn zum Teil der Kommune wird. Hier entsteht ein Ort der Bildung und ein Ort der Begegnung.